Heimat wird jeder der 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen anders beschreiben. Und sehr häufig ist es der Ort, an dem er lebt, vielleicht sogar geboren wurde und der für ihn zur Heimat geworden ist. Und für mich ist es meine Heimatstadt Aachen und in Aachen insbesondere der Aachener Dom. Der hat viele, viele Jahre meines Lebens geprägt. Und immer, wenn ich da bin, fühle ich mich zu Hause. Und dieser Dom ist ein europäischer Dom, ein Weltkulturerbe. Und zum Dom gehört auch, hinauszugehen, auf die Straßen rund um den Dom und das Leben in der Stadt zu erleben. Deshalb diese europäische Stadt, die Stadt an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden, mit vielen, vielen Studenten und mit vielen Freunden, die man dort trifft. Das ist meine Heimat.